Moin! Herzlich Willkommen hier am Samstag um 10 Uhr zur weiteren Ausgabe. Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfallmap 2.1 ohne Gräben. Wir haben hier unseren zusammengepuzzleten Cosplaykurs für den Abfahrer für Feld 41 und 43. Er funktioniert für beides. Hier steht auch noch irgendeine Frucht, wahrscheinlich früher auch mal Raps oder so, die nicht vernünftig geerntet wurde. Ja, ich schau mal, was hier so geht, wie weit wir hier sind, ob das hier mit dem Abfahren funktioniert. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, der da vorne wird im Weg stehen. Aber ansonsten, den muss ich da gleich mal von seinem Kurs rausnehmen. Ah, sie stand nicht mal im Weg, das ist doch schön. Den packen wir mal schon mal gleich in den richtigen Ordner. Nein! Quatsch! Nicht dreschen. Was für ein Quatsch. 41. Einzige, was jetzt hier passieren kann, da habe ich nicht aufgepasst. Das ist natürlich doof. Wir stehen sich hier gegenseitig im Weg. Der Stopp-Punkt hätte weiter drüben sein müssen. Ah, das ärgert mich. Ärgert mich, ärgert mich, ärgert mich. Ah, das klappt da drüben so gerade. Einbar. Wo sind wir denn? 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 schon bald fertig 45 ist nicht mehr so viel okay der kann da nichts für bleibt da stehen du honk ich muss mich mal eben gut das ist jetzt einmal ja ihr habt recht ich könnte auch gegen den uhrzeiger sind fahren ich fahre ja sowieso mit frucht also ohne fruchtzerstörung da ist es eigentlich egal habt ihr vollkommen recht aber habt ihr immer auf eure eltern gehört oder habt ihr auch mal was gemacht habt ihr auch mal nicht gemacht was sie gesagt haben nein ihr seid ja nicht meine eltern das ist mir schon klar versteht was ich meine bin einfach weil sie nicht alters starr sind oder was weiß ich keine ahnung was 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 das ist was 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Warum klappt das heute nicht? So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier stehen geblieben. Da fehlt doch dann noch einer. War der andere vielleicht doch noch nicht fertig? Und dann nimmt er das jetzt mit. Da mal... So eine Kollisionserkennung und so... Hast du es nicht so, ne? Abfahrer. Tollhorst. Ja, das ist ja okay. Da darf der im Verkehr feststecken. Da habe ich keinen Stress mit. Ja, der wird jetzt abgetankt. Oh, Fruchtumfahrung ist aktiviert. Funktioniert blendend bei Cosplay. Wie ihr seht. Und jetzt... Ich habe hier jetzt auch nur zwei Abfahrer eingestellt, weil der Weg zum Hof so lang ist. Damit ich da dann nicht so lange Stillstandszeiten bekomme, habe ich das dann mal so gemacht. Dann haben wir auch noch Mais. Da hört uns alles schon. Komma, Feld 38 noch. Auf jeden Fall ist Feld 45 bald Geschichte. Das wird dieses Wochenende noch Geschichte sein. Denke ich. Was kostet das denn? Feld 38. Ah. Aufen. So. Ist das für uns? Wir steigen mal hier in den 85 30. vom lieben Mayo umgebaut. Mit unserem Logo drauf. Friesenjung. Gut. Na? Ja. So. 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 Der ist voll. Und jetzt haben wir einen riesen Vorteil. Das ruckelt hier nämlich schön. Nein. Das ist natürlich nicht der Vorteil. Aber. Ich habe hier unten meine temporären Kurse. Das heißt, ich kann ihm diesen Kurs hier geben. Als Überführungskurs. Und sage, er soll am nächsten passenden Wegpunkt starten. Und er soll am letzten stehen bleiben. So. Dann brauche ich die Überführung dahin nicht machen. Dann ist er zumindest schon mal, wenn er irgendwann mit einem Kreisfahren hier fertig ist. Ist er dann irgendwann mal unten auf der Insel angekommen. Und kann dann schön das Düngen von dem neuen Feld 38 übernehmen. Ja, ja, ja. Das interessiert uns jetzt gar nicht, wie schnell oder wie langsam du da bist. Ich steppe mich einfach mal durch. Bis ich jemand sehe, was mich wirklich interessiert. Da ist es unfassbar. Die letzten paar Bahnen. Und dann geht es heiter weiter. So. 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 alles gut alles schön ja der interessiert uns jetzt nicht aber jetzt kein lust ich will mal eben gucken also ich meine ja okay das könnte alte frucht gewesen sein die er da nicht mitnimmt immer eben schauen wie wie scharf er jetzt die die vorgewände gemacht und alles weg da könnte ich mir auch noch und dann ist er glaube ich noch ein bisschen noch ein bisschen besser hauptsache auch da lässt er mir immer so ein piss stehen naja egal egal unglaublich heute rennt die zeit irgendwie auch da vorne kommt auch gleich schon ich sehe es unten auf der karte schon 85 30 kommt gerade über die brücke gefahren das ist dann kann ich den direkt weiterfahren zu fällt 38 zum düngen so der nächste drescher der fälle hier ist ja du sollst am letzten weg punkt halten ach so habe ich nicht gesagt ihr habt gehört die zeit ist um heute nachmittag heute ist auch samstag heute nachmittag gibt es die nächste folge let's play ls 17 um 14 uhr und morgen nach quatsch und heute um 16 uhr gibt es auch eine weitere folge von unserem match experience gegen fliesenjungen auf nf match map schaut rein guckt vorbei hinterlasst kommentare abonniert uns guckt auch vor allem dann beim experience mal vorbei beim godfather of course play nein ich darf ihn so nicht nennen ich wollte ihn auch mal dr course play nennen wollte er auch nicht naja egal selber schuld wenn ich will ne der hat schon wisst ihr da mache ich mir jetzt keinen kopf drum so in diesem sinne bedanke ich mich bei euch und sagt tschau bis nachher abonniere